Hallo, ich bin Jella Hase. Ich bin als beste Nebendarstellerin für den Film. Lieber Thomas nominiert für die Lola. Okay, was kommt denn jetzt? Was steht hier Schönes? Jella Hase? Was ist Jella Hases geheimes Talent? Ich kann richtig gut Auto und Motorrad fahren. Ich bin eine richtig, richtig gute Fahrerin. Auch Fahrrad, alles. Ich bin eine sehr gute Fahrerin. Das ist mein Geheimtalent. Ich bin eigentlich eine Rennfahrerin. Wann war Jella Hase das erste Mal in Cannes? Jella Hase war noch nie in Cannes. Jella Hase wartet auf den ersten Film, der in Cannes laufen wird. Wo würde Jella Hase gerne mal drehen? Ich finde es ja schon auch immer cool, in Berlin zu drehen, weil man dann bei seinen Liebsten ist. Wo würde ich gerne mal drehen? Vielleicht auf dem Mond. Welche Dialogzeile wird Jella Hase nie vergessen? Ich habe vor allem auch viele Kinderfilme immer im Kopf. Und so Satzen, Melodien und Rhythmiken. Und zum Beispiel aus Pünktchen und Anton. Das ist einer meiner allerliebsten Lieblingsfilme. Und dann ruft Pünktchen immer, Anton! Und wie sie das ruft oder wie sie dann auch sagt, ein bisschen was muss man immer zu essen zu Hause zu haben. Ein bisschen was Wurst, ein bisschen was Käse, ein bisschen was irgendwas so. Auf welchem Konzert war Jella Hase zuletzt? Mein letztes Konzert waren die Sterne im Fester Kreuzberg. Das war ja. Verz usando die Sterne im Fester Kreuzberg. Daher ist eins dafür ein bisschen wasました. Das war ja. Vielen Dank.